Was in diesem Video passiert. Was hast du eigentlich einen Freund? Bin ich nicht alt für dich? Guck mal, ich bin älterer. Du bist noch 10 Jahre alt. Egal, Liebe ist Liebe. Yo Leute, was geht? Flakes hier. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Was heute passiert ist, werdet ihr mir nicht glauben. Ein 10-Jähriger hat sich die ganze Zeit versucht, an Zaino ranzumachen. Und es ist komplett eskaliert. Schaut euch unbedingt das ganze Video an, Leute. Wenn ihr mehr Videos mit Zaino sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Like da. Bei 20.000 Likes gibt es auch schon das nächste Video, Leute. Und kommentiert mal, wie ich Zaino pranken könnte. Abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Vergesst auch nicht, meinen Zweitkanal zu abonnieren. Link ist unten in der Beschreibung. Da kommt auch jeden Tag ein Video, Leute. Und tragt auf Ehre mein Creator Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Zaino, hast du Lust auf eine Runde Duo? Ja klar, Flexi-Boy. Hallo Ninja hier, kann ich vielleicht mit euch zocken? Äh, Zaino, sollen wir doch Trio zocken? Ja klar. Okay, dann let's go. Okay, let's go. Ninja, wir landen hier bei der Liebesinsel, okay? Okay. Wie geht's dir eigentlich so? Gut, und dir? Also, mir geht's auch relativ gut. Ähm, bist du gut? Ja, ich bin ein Profi. Du bist ein Profi? Ja. Ninja? Ja. Kennen wir uns eigentlich? Wer bist du? Ich glaube noch nicht, ich bin zehn. Okay. Oh, du bist zehn? Ja. Das ist schon so alt? Ja, ich werde bald elf. Oha, wie lange denn noch? Wie viele Monate noch? Äh, ungefähr noch einen Monat. Oh, Zaino, du bist doch ein Mädchen, oder? Ja. Guck mal hier, ich hab was für dich. Oh, wie süß. Danke schön. Bitte. Oha, Ninja, was machst du denn da? Ja. Ninja, gibst du hier Loot an Zaino, oder was? Ja. Ähm, danke schön, das ist süß von dir. Bitte. Ninja, ähm, du bist ja ein richtiger Gentleman, kann das sein? Ja. Aber so ein richtiger, richtiger Gentleman. Ja. Oha, guck mal, Zaino, er lootet die ganze Zeit. Oha, sind die für mich? Ja, alles, alles für dich. Oh, wie süß. Oha, Ninja, du bist zehn, hast du gesagt, richtig? Ja. Hast du eigentlich eine Freundin? Nein. Ah, ich verstehe schon, du bist auf der Suche bestimmt. Ja. Aber dann musst du dich aber richtig anstrengen, oder, wenn du auf Freundin-Suche bist? Ja, guck mal, hier. Hast du dir verdient? Nein, alles, alles für dich. Oha, Ninja, aber du brauchst doch auch selber Loot, oder nicht? Hm, hm, ich brauch nix. Alles, alles, alles Zainos. Oha, Zaino, wieso kriegst du hier umsonst Loot und ich nicht? Ich weiß es nicht. Was ist denn jetzt da passiert? Ninja, was ist denn los mit dir? Aber du brauchst auch mit. Nein, alles. Komm, ich geb dir ein bisschen ab. Komm, ich teile mit dir. Alles, alles für dich. Zaino? Ja? Du hast voll die süße Stimme. Dankeschön. Oha, Ninja, aber jetzt langsam hier. Warum machst du dir so viele Komplimente und gibst dir alle Sachen? Was ist denn los mit dir? Zaino, guck mal, wie stark ich bin. Hast du das gesehen, Flexi-Boy? Oha, guck mal, was er kann. Kannst du das auch? Äh, äh, nein, nein, das kann ich nicht. Aber ich kann was Besseres. Hier, guck mal. Oh. Kann ich auch. Guck hier. Aber guck mal hier, OG. Er ist ja richtig am Updancen. Flexi-Boy, was geht bei Ihnen ab? Ich weiß nicht, was er vorhat. Du bist ja hier richtig offensiv. Ja. Ja. Guck mal, hier, ich kann richtig gut Klavier spielen. Flexi-Boy, guck mal. Äh, äh, das machst du richtig gut. Du siehst auch richtig lustig dabei aus, Ninja. Aha. Alter, guck mal, was ich kann. Boah, ein Zaubertrick. Boah. Ey, wir müssen in die Zone. Zaino, Vorsicht, Zone kommt. Oha. Wir müssen ganz schnell los. Ja, let's go. Guck mal, wo die Zone ist. Oh nein. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir schaffen das. Bist du gut, Fortnite-Ninja? Ja, ich bin der Beste. Wirklich? Ja. Äh, nein, der Beste bin doch ich, oder? Nein, ich bin der Beste. Äh, hä? Wie viele Siege hast du denn? Fast 200. Oh oh. Und du, Flexi-Boy? Äh, wollen wir nicht darüber reden, okay? Okay. Und wie viele Kills hast du so, Flex? Ich hab, ich hab über 4000. Oh oh. Okay, ähm, kommt mal in mein Auto. Kommt, wir fahren mal hier in die Zone. Komm mal, Ninja, komm mal rein. Oha, hast du dich nach hinten gesetzt? Ja. Ich warte mal vorne, komm mal. Äh. Ey, es extra tut dir nach hinten und tanzt dir vor. Aber wir müssen schnell in die Zone, sonst sterben wir nach. Ninja, ich glaub, das schaffen wir nicht in die Zone. Doch, wir schaffen das. Wir müssen einfach nur Bob, der Baumeister. Komm, wir schaffen das. Bob, der Baumeister. Jo, wir schaffen das. Guck, wir haben's geschafft. Seino, komm mal. Hast du eigentlich einen Freund? Oh, wie süß. Ey, Ninja, sie nimmt dich gar nicht ernst. Ich glaub, du musst dich da ein bisschen ins Zeug legen. Kann das sein? Seino, komm mal, komm mal. Bin ich nicht alt für dich? Guck mal, ich bin älter als du und du bist noch 10 Jahre alt. Egal, Liebe ist Liebe. Liebe ist Liebe, hast du gehört? Also Liebe kann kein Alter, sagst du. Ja. Aber da hat er recht eigentlich, oder nicht? Da hat er völlig recht sogar. Aber nicht, dass du hier jetzt mir Seino wegnimmst. Warum? Ja, keine Ahnung. Du machst dich ja voll an sie ran. Und hier mit deinem Fischskin hast du doch eh keine Chance. Doch. Echt? Guck mal hier, ich hab Muskeln. Ich kann Handstand machen, ohne dass ich umfalle. Oha, Seino, stuttest dich überzeugen? Das ist sehr, sehr süß, aber du bist noch zu klein. Nein, ich bin nicht zu klein. Komm, guck mal hier, ich hab ein erzähltes Benz. Und wir kennen uns noch gar nicht, weißt du, was ich meine? Aber, 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 weißt du, was ich mache, wenn wir zusammen sind? Oh, nee. Du darfst dann auch mal mit meinen Drachen fliegen. Oh, wie süß, danke. Aber, wie gesagt, du bist noch zu klein. Nein, ich bin schon groß. Wie findest du mich eigentlich? Heiß. Oha. Echt? Echt? Ja. Nur heiß? Nein, auch nett und sympathisch. Oha. Hörst du, Flexi, bei was er sagt? Der macht mir ja richtig Konkurrenz hier. Ich muss ja hier Angst haben, oder? Ja. Seino, guck mal hier. Ich hab ganz viel Stein, weil, weil, weil nur harte Jungs können, können Stein sammeln. Hörst du, Flexi, bei? Au. Ich hab, ich hab aber sogar Metall. Ähm, also, ich hab besseres als Stein. Hier, nimm mein Metall hier. Äh, so. Guck mal hier. Ich hab auch mit. Ich hab auch mit. Und weißt du, wer meine Lieblings-Youtuber sind? Sie merken so ein Standard-Skill. Echt? Ja. Standard-Skill hat genauso viele Muskeln wie ich. Ich bin so reich, ich hab 10.000 Gold. Flexi, bei, du musst mal, du musst mal zwischenkommen. Der Person will ich jetzt so klären. Egal, äh, ist doch lustig, also, ähm, vielleicht hat ja ein Fisch eine Chance bei dir, ich weiß ja nicht. Nein. Guck mal, wie er dir hinterherläuft. Äh, 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 Ninja, du darfst sie nicht so bedrängen, ne? Oh, oh. Ninja. Er ist richtig happy. Guck mal, wo die kommt. Ich bin glücklich. Warum bist du glücklich? Weil ich mir Seine kläre und du nicht. Aber irgendwie sieht es nicht so aus, als würdest du sie klären. Du musst dich da ein bisschen anstrengen, kann es sein? Da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Okay, komm. Einer ist genockt. Guck mal, Ninja, ich hab ihn genockt. Ich küre jetzt auch ganz viele. Äh, ich glaub nicht, dass du besser bist als ich. Das glaub ich nicht. Guck mal, hier, meine Edits an. Oha, Flexi, bei, guck mal. Oh, Flexi, bei, pass auf. Oh, da ist noch ein Gegner. Ninja, komm. Oh, schon wieder hab ich ihn. Da ist noch einer. Oh, oh. Wo ist der andere, wo ist der andere? Seine, ich beschütze dich. Flexi, bei, oh. Ey, ey, er hat mein Klapp gestaubt. Nein, ich hab doch nichts abgestaubt. Ich hab mir minus 100 gegeben. Minus 100? Oha, ähm. Ja gut, ich bin halt einfach besser, oder? Und schneller natürlich. Das ist mein Flexi, bei, period. Nein, ich bin jetzt dein Flexi, bei. Nee, ich bin jetzt dein, ich bin jetzt dein Ninja, bei. Echt jetzt? Ja. Oh Mann. Warum willst du mich unbedingt klären? Was ist denn an mir besonders? Weil du jetzt bist. Oh Ninja, Flexi, bei, Ninja, guck mal, ich sterbe jetzt gleich. Ich komme ganz schnell. Flexi, bei, ich brauch deine Hilfe. Period. Wo sind die denn? Jetzt ist nicht hier oben. Seid, nur hier. Oh. Wir mussten Flexi-Boy helfen, sonst... Oh nein, guck. Komm, du schaffst das, ich heile ihn. Ja, bitte, Zeno, heil mich. Ja, ich heil dich schon, Flexi-Boy. Ninja, Ninja, hier. Ich komme. Ähm, Ninja, ich glaube... Das ist wieder ein Hacker. Ein Hacker, ich glaube, wir sehen uns in der Lobby, okay? Okay, Flexi, ich glaube, ich muss den Skinshanks, weil sonst... Du hast ja gar keine Chance bei, Zeno. Ähm, ist das dein Ernst? Äh, wir sehen uns morgen, Ninja, okay? Äh, hau rein, okay? Hä? Warum? Was ist? Er redet von Skinshanks. Ähm. Was machst du, der arme Junge? Zeno, was war mit ihm denn los? Das war ein Zehnjähriger. Er wollte mich alles erklären. Und du bist still. Ja, Zeno, das ist nur ein kleiner Junge. Da brauche ich mich doch nicht einwischen. Das war richtig lustig. Ey, wir müssen vielleicht morgen nochmal mit ihm zocken, okay? Okay, okay. Also, Zeno, ich bin dann mal weg. Das hat mich ein bisschen schockiert. Hau rein. Ciao, ciao. Ey, Leute, was war das? Oh mein Gott. Das war es ja komplett.